Mein Name ist Günter Matzinger. Ich bin zweifacher Paralympics Sieger über 400 und 800 Meter und halte über die 800 Meter sogar immer noch den Weltrekord. In diesem Modul will auch ich dich zum Laufen bringen. Du bist vielleicht noch nie in deinem Leben gelaufen und schaffst es, keine zehn Minuten am Stück durchzuhalten. Dann ist dieses Modul genau richtig für dich, denn unser gemeinsames Ziel ist es, am Ende dieses Moduls 20 Minuten am Stück durchzulaufen. Neben einem detaillierten Trainingsplan haben wir auch zahlreiche Tipps und Tricks für dich in diesem Modul versteckt. Angefangen vom richtigen Aufwärmen über Dehnübungen, die Laufschule und vieles mehr. Also schnapp dir die Laufschuhe und los geht's!